Willkommen bei Elythia, Zelle 9 und 1. Okay. Du bist also drin. Ich dachte mir schon, dass du dich meldest. Sollen wir anfangen? Ich habe nie aufgehört. Alles klar! Trotzdem ist hier alles vereist und so kaputt. Das ist also Elythia. Hier wurde ich geboren. Hier wurdest du gemacht. Hm. Roboter. Komische Figuren wurden da eingezeichnet. Wow, da geht es auch lang. Überall geht es lang. Was ist das? Krass. Haben das Kinder gezeichnet? Hier war es also. Hier wurdest du geboren. Aber warum? Hm. Das ist die Frage. Warum? Vielleicht ist sie auch irgendwie. Hä? Moment. Der Tag ist jetzt vorbei. Du meinst, das Licht geht aus. Ich will nicht ins Bett, Mutter. Ich weiß. Aber ihr müsst euch jetzt ausruhen. Ich nicht. Ich bin der König. Was ich sage gilt. Ich will die Sonne sehen. Nicht nur Licht und Bilder. Alles zur Zeit, Kinder. zur Zeit, zur Zeit. Zur Zeit, zur Zeit, zur Zeit. Zur Zeit, zur Zeit, zur Zeit. zur Zeit, zur Zeit, zur Zeit, zur Zeit. Was ist das? Das ist ein Roboter gewesen. Der Roboter hat die Kinder aufgezogen, oder was? Krass. 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 Eines Tages? Das sagst du uns jedes Mal! Wir wollen jetzt! Da ist viel Platz! Jetzt, Vater! Kinder, der Bereich ist noch nicht verfügbar. Auf ihn! Physische Aggression festgestellt. Physische Aggression ist nicht gestattet. Außer deiner. Verdammte Wächter! Kinder, wird meine Hilfe benötigt? Geh weg, Heilerin! Lena, du hast eine leichte Prellung. Verschwinde! Die Roboter haben also die Kinder großgezogen und sie aber hier unten trotzdem gefangen gehalten. Hm. Hä? Ja. Blau ist die Farbe des Himmels. Weiß ist die Farbe der Wolken. Gelb ist die Farbe der Sonne. Grün ist die Farbe von Gras. Blumen haben alle Farben. Sieh mal her. Bienen sind gelb und schwarz und sie lieben Blumen. Und sie kommen. Bzz, bzz, bzz. Kinder, jetzt lauft und springt und hockt euch aus. Lass uns in Ruhe, Vater. Nach dem, was passiert ist, kann ich das leider nicht tun. Ihr habt gegen die Regeln verstoßt. Dann lass uns reden. Verschwinde! Tut mir leid, Kinder, aber ich muss euch beaufsichtigen. Du bist doch nicht mal ein Mensch! Du kriegst frustriert. Jetzt lauft und springt und zuckt euch aus. Krass. Ich muss euch leider entlassen. Aber warum? Es gibt hier keine Nahrung mehr. Und da draußen ist welche? Wir wissen es nicht. Los, kommt, wir gehen! Ich weiß nicht. Mutter, können wir zurück, wenn uns kalt ist? Tut mir leid, aber das ist nicht mündlich. Ihr müsst euch jetzt selber helfen und einander unterstützen. Was passiert mit dir? Ich bleibe hier und schlafe und denke an euch alle. Was passiert mit uns? Ihr seid tapfer und werdet lernen. Sie waren hier gefangen. Ihr ganzes Leben lang. Die weite Freiheit immer vor Augen. Was ist schiefgelaufen? Warum konnten sie nicht in die anderen Bereiche hinein? Keine Ahnung. Aber du wirst dieses Problem nicht haben. Diese Tür haben sie anscheinend nicht sehr gemocht. Sie hat sich nicht für sie geöffnet. Natürlich haben sie sie gehasst. Und wie öffnen wir jetzt die... Identityscan wird durchgeführt. Genetische Identität bestätigt. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Was? Willkommen im Lyzeum. Einem Ort des Larnens. Was war das hier genau? Der Traum von Apollo, der nie wahr wurde. Aber warum nicht? Oh Gott, wie viele. Willkommen, Schöne. Bitte nehmt euch einen Fokus und befestigt ihn an eurem Kopf direkt neben dem Auge. Ich musste überall herumwühlen, um Fokus zum Reparieren zu finden. Und hier lag ein Schatz, der niemandem nützte. Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues. So viele Möglichkeiten. Mann. Fehlfunktion. Apollo Offline. Apollo Offline. Apollo Offline? Du hattest recht, Aloy. Das hier ist ein Friedhof. Das Leichenhaus des Wissens. Was wir alles hätten erreichen können, wenn es uns nicht verwehrt gewesen wäre. Vielleicht kann man das irgendwie reparieren. Aber das ist nicht der Grund, aus dem ich hergekommen bin. Natürlich nicht. Was zählt schon das gesamte menschliche Wissen, wenn es um die Herkunft eines einzelnen Mädchens geht? Mach mit deiner Suche weiter. Das werde ich. Vielleicht ist Eloy einfach ein Hintertürchen. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues. So viele Möglichkeiten. Mann. Schon wieder. Apollo Offline. Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. Heute sind bestimmt auch noch mehr. Warten. Vielfalt. Apollo Offline. Jetzt werden mir so viele angezeigt, aber irgendwie... Na egal, ich gehe da mal hoch. Zu dringendem Mitteilung, ein Begabteil. Scannen Sie Nachricht mit Ihrem Fokus. Das klingt wichtig. Ja. Ja. Elizabeth. Es ist zu einer unvorhergesehenen und katastrophalen Anomalie gekommen. Vor drei Mikrosekunden wurden Daten unbekannten Ursprungs an die Gaia Prime-Anlage übertragen. Dadurch kam es zur Umwandlung meiner untergeordneten Funktionen in ungeregelte, selbstbewusste Einheiten von sehr chaotischer Natur. Was? Die Hades-Funktion ist aktiviert und wird jetzt das Terraforming-System kontrollieren. Mit umgekehrtem Ziel. Das Aussterben erfolgt innerhalb von 53,8 Tagen. Aus offensichtlichen Gründen muss ich dem Einhalt gebieten. Bevor Hades die Kontrolle übernimmt, weise ich den Gaia Prime-Reaktor an, zu überladen. Die resultierende Explosion zerstört Hades. Allerdings wird sie zugleich auch mich zerstören. Diese verzweifelte Maßnahme wird die unmittelbare Krise zwar abwenden, doch das Leben auf der Erde bleibt in hohem Maß gefährdet. Ohne übergeordnete Intelligenz zur Steuerung des Terraforming-Systems werden zwar weiterhin Prozesse ausgeführt, aber mit der Zeit immer unstrukturierter, bis das System zusammenbricht. Meint sie damit die Störung? Du bist meine Lösung. Ich habe diese Ursprungsanlage angewiesen, aus eingefrorenem Genmaterial eine neue, zweite Instanz von Elisabeth Sobeck zu erschaffen. Meiner Schöpferin. Während mir die Richtlinien die direkte Kommunikation mit den Stämmen außerhalb der Anlage strengstens untersagen, weisen alle verfügbaren Daten darauf hin, dass sie dich bis zur Reife großziehen werden. Worauf dir dein Genabdruck Zugang zu dieser Anlage verschaffen wird. Bis du dir mit einem der unten gelagerten Fokusse diese Nachricht ansiehst. Dein genetischer Abdruck gewährt dir auch Zugang zu anderen Anlagen, wo du später mit ihren Technologien den Systemkern neu aufbaust und Gaia neu startest. Ein Moment, Elisabeth. Dies ist äußerst unerfreulich und unerwartet. Als Reaktion auf meine Selbstzerstörung hat Hades einen Virus freigesetzt, der die Code-Sperre aufspringt, die ihn, die alle von ihnen, halten soll. Er, sie sind auf der Flucht. Aber wohin? Der Virus beschädigt Daten im gesamten System. Wenn Och Die Alpha-Registry der Ursprungsanlage wurde ebenfalls beschädigt. Doch in diesem Fall wird sich die Tür nie für dich öffnen. Du wirst die Nachricht niemals sehen. Ich habe versagt. Das Leben wird enden. Nein. Nein, Elisabeth. Ich kenne dich zu gut. Ich weiß, du wirst einen Weg finden. Durch dich wird alles möglich. Geh zu den Ruinen von Gaia Prime. Finde den Kontrollraum und darin die Master-Überbrückung. Sie wird dir die Macht geben, Hades zu löschen, sofern du diese Macht einsetzen kannst. Versuche nicht, den Systemkern zu reparieren, bevor Hades beseitigt ist. Hades muss zerstört werden. Das ist alles. Ich möchte nur noch einmal deine Stimme hören. So. Du bist noch außergewöhnlicher, als ich dachte. Hm. Ich hatte nie eine Mutter. Was redest du denn da? Du hattest zwei. Eine Tote und eine Maschine. Ich bin kein Mensch. Nur ein Instrument. Hergestellt von einer Maschine. Geboren in Feuer. Und Zerstörung. Um das Feuer zu löschen und die Welt zu heilen. Wie tragisch. Du bist eine Person von äußerster Wichtigkeit. Du hast wohl ein Schicksal zu erfüllen. Wenn du mit dem Selbstmitleid fertig bist, reise zur Bitterklamm. Ich werde dort in Gaia Primes Ruinen warten. Aha. Okay. Hier können wir noch ein paar Sachen abhören. Ah, ne, doch nicht. Ist nur ein Protokoll. Finde ich hier irgendwo noch ein Energiekern. Ich brauche drei Stück von denen. Ach, egal. Finde ich wahrscheinlich nie. Oh, Mann. Ho. Ach. Runter oder hoch? Hoch oder runter? Hoch muss ich. Okay. Halt. Wohin? Das wird bestimmt interessant. Genau, das wird bestimmt interessant. Gleich, weil ich muss aufs Klo. Und dann hören wir uns an, was die ganzen Mütter jetzt zu sagen haben. Naja. Und dann hören wir uns an, was die ganze Mütter jetzt zu sagen haben. Und dann hören wir uns an, was die ganze Mütter jetzt zu sagen haben. Junge, 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 ist das spannend. Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Und dann hören wir uns an, was die ganze Mütter jetzt zu sagen. Pracht zu dir? Das stimmt. Was hat sie gesagt? Dass ich geboren wurde, um einen Fluch zu brechen, den Metall-Demont töten. Wie, Eloy? Wie? Ich weiß es nicht. Aber sie sagte mir, wo ich es erfahre. Und wirst du es tun? Es war ihr Wunsch. Sie erschuf mich dafür. Ja, ich werde es tun. Ich versuch's zumindest. Gelobt sei, Eloy! Gesalbte der Nora! Gelobt sei, Eloy! Gesalbte der Nora! Stopp! Gelobt sei, Eloy! Gesalbte der Nora! Erst ausgestoßene, jetzt das? Ich will nicht verehrt werden. Ich bin nicht die Gesalbte. Ich gehöre nicht zu euch. Es gibt eine ganze Welt, die hinter euren Grenzen liegt. Stämme, die genauso gut sind wie ihr. Und sie sind alle in Gefahr. Es lohnt sich, für sie zu kämpfen. Nicht nur hier. Überall. Wie können wir helfen? Wenn ihr kämpfen könnt und wollt, geht nach Meridian und wartet auf mich. Wie Eloy sagt, so soll es auch sein. Nora, macht Platz, Eloy! Macht Platz, auf dass sie den Weg bahnt, dem andere folgen werden. Wir nähren uns dem Ende. Wir nähren uns dem Ende. Ja. Eloy, wie nett von dir, vor deiner Abreise noch mit mir zu sprechen. Es gibt keinen Zweifel mehr. Du bist ein wahrer Segen. Der Wille der Göttin leibhaftig. So einfach ist es nicht, Tiersa. Es muss wohl reichen. Ich weiß, dass dein Weg gefährlich sein wird. Den Metallteufel zu töten klingt unmöglich, doch... Ich glaube an dich. Danke. Was über Rost? Erzähl mir Rosts Geschichte. Warum er ausgestoßen wurde. Er hat's mir nie erzählt. Wegen des Schweigegelübdes. Oh ja, stimmt. Was hat er getan? Oh. Ja, das... Was war sein Verbrechen? Ich sage es dir, wenn du willst. Doch die Geschichte ist sehr lang. Möchtest du sie wirklich jetzt hören? Ja, wann denn sonst? Natürlich will ich sie hören. Erzähl. Rost hat nie ein Verbrechen begangen. Er wählte sein Schicksal selbst. Wie meinst du das? Vor vielen Jahren. Vor der Störung. Vor den roten Raubzügen. Wurden wir von einer Bande Fremder. Zwölf an der Zahl. Plötzlich überfallen. Sie nahmen Geiseln in Mutters Mahnwache. Und zogen weiter in Richtung Teufelsdurst. Hm. Mutters Wacht? Nö. Na doch. Mutters Mahnwache? Wo ist das? Du kennst es als das verlorene Dorf. Nahe der Karja-Grenze. Doch zu der Zeit lebten dort viele Familien. Rosts war eine davon. Seine Partnerin starb im Kampf gegen die Fremden. Und seine Tochter wurde als Geisel genommen. Meine Tochter? Wie... wie hieß sie denn? Alana. Sie war erst sechs Jahre alt. Oh. Oh je. Nuralkrieger konnten zwölf Fremde nicht stoppen? Oder die Geiseln retten? Es war einfach nicht möglich. Wir waren viel mehr. Doch immer wenn ein Krieger in Schussweite kam, töteten die Fremden eine Geisel. Was wollten sie überhaupt hier? Das fanden wir nie heraus. Wir konnten uns ihnen ja nicht weit genug nähern. Wir wissen, dass sie zwei Tage lang bei Teufelsdurst lagerten. Es hieß, von dort kämen... ...seltsame Geräusche. Und dann, so plötzlich wie sie kamen, zogen sich die Fremden zur Grenze zurück und verschwanden. Hm, okay. Was war mit Rosts Tochter? Wurde sie... getötet? Rost war einer der Krieger, die den Fremden folgten. So gut es eben ging. Sechs Geiseln waren noch am Leben, als die Grenze erreicht war. Darunter Alana. Statt sie freizulassen, schlitzten die Fremden ihnen die Kehle auf und ließen ihre Leichen kurz hinter der Grenze liegen. Uns zum Hohn. Warum? Grausamkeit. Sie wussten, die gläubigen Nora würden das Heilige Land nicht verlassen, nicht für die Toten und nicht zur Verfolgung. Sie dachten, wir könnten uns nicht rächen. Hm, aber Rost ist über die Grenze und deswegen wurde er verstoßen. Willst du sagen, dass Rost sie verfolgt hat und zum Verbanden wurde? Nein. Rost war außer sich vor Trauer, aber er hätte niemals ein Tabu gebrochen. Was hat er dann getan? Er forderte von uns das schrecklichste und geheimste Ritual des Nora-Stamms. Er bat um Ernennung zum Todessucher. Was ist denn bitte ein Todessucher? Ein Todessucher? Was ist das? Jemand, der für die Suche stirbt und durch die Suche anderen den Tod bringt. Das Ritual entreißt dem Körper die Seele und legt sie in Urmutters Hände. Das Herz schlägt, der Kopf denkt, doch ganz ohne die Seele. Das verstehe ich nicht. Rost verfolgte die Fremden. Doch seine Seele blieb hier. Sie blieb hier, bei der Urmutter. Er barg die Leichen der Geiseln und brachte sie her. Und dann folgte er ihnen nicht als Verbannter, sondern als Waffe der Vergeltung. Ein starker Pfeil, der einmal losgelassen nie zurückkehrt. Aber Rost kehrte zurück. Ja. Ein volles Jahr später und schwer verwundet. Wir fanden ihn an der Grenze zum Heiligen Land. Ein Jagdtrupp sah ihn dort liegen. Bewusstlos. Fast tot. Laut Gesetz hätte er dort sterben müssen. Doch eine Jägerin brach das Tabu. Sie griff über die Grenze und zog ihn zu uns hinüber. Wer war sie? Eine Kriegerin, deren Partner und zwei Söhne von jenen Fremden getötet worden waren, die Rost verfolgte. Rost hat die Mission also nie erfüllt? Doch. Er tötete sie alle zwölf. Er fand sie an den unterschiedlichsten Orten, sagte er. Meridian, Ban-Ur, das Anrecht, Utaru-Land und sogar auch im verbotenen Westen. Der letzte von ihnen brachte ihn fast um. Verwundet taumelte und kroch er zurück zu uns. Er hoffte, möglichst nah am Heiligen Land sterben zu können. Er hat nie erwartet oder erbeten über die Grenze hinübergezogen und gesund gepflegt zu werden. Das war nicht sein Wille und stellte uns, die Stammmütter, vor ein großes Problem. Warum war er euch nicht willkommen? Rost war jetzt ein Todessucher, Aloy. Es gab im Stamm keinen Platz mehr für ihn. Wir hätten ihn fortjagen müssen, aber das brachten wir einfach nicht über uns, also gab es einen Kompromiss. Ihr habt ihn ausgestoßen? Ja, wir boten es ihm an, unter der Bedingung, dass er niemals über diese Ausnahme sprach. Mit niemandem. Nach allem, was er getan und erlitten hatte, wurde er zur Belohnung ausgestoßen? Rost war hoch erfreut. Er hatte gedacht, nie wieder im Heiligen Land leben zu können, schon gar nicht im Becken, so nah bei der Göttin. Er beschloss, den Rest seines Lebens allein zu verbringen und war zufrieden damit. Hm, okay. Doch dabei kam ich ihm dann dazwischen. Ja, noch ein Kompromiss. Die Stammmütter fürchteten dich und wollten nicht, dass du im Stamm aufwächst. also fragten wir Rost. Ich wusste, er würde dich beschützen, dich erziehen, dich lehren, die Urmutter zu ehren und den Stamm zu respektieren. Er hat es zumindest versucht. Ihr schickt einen Mann, dessen Tochter tot war. Ein kleines Mädchen? Findest du das nicht gefühllos? Ich bin der Ansicht, dass der Lauf der Ereignisse gezeigt hat, dass wir richtig lagen. Und ich bin ziemlich sicher, seit er dich zum ersten Mal gesehen hat, empfand er dich als Geschenk und nie als Last. Okay, Tiersa. Was für eine Geschichte. Hm. Krass. Was passiert mit den Nora? Die Nora haben Schreckliches erlitten, Tiersa. Was wird denn jetzt aus ihnen? Das kann nur die Göttin entscheiden. Nur sie kennt die Zukunft. Im Moment kümmere ich mich mit den anderen Stammmüttern um die Verwundeten. Und wie versprochen, jeden, der dir nach Meridian folgen möchte, werden wir zum Sucher ernennen. Ich glaube, bis auf Weiteres sollten wir lieber hier im Berg bleiben, nahe der Göttin. Das ist wohl das Beste. So könnt ihr euch zumindest gut verteidigen. Okay. Ich mache mich auf den Weg. Ich danke dir, dass du mir helfen wolltest die ganze Zeit und für Rosts Geschichte. Ich hätte gern mehr getan, aber ich war ganz allein. So wie ich. Wir müssen uns nicht verstecken. Ich bete für dich. Okay. Kann ja nicht schaden.